So, heute soll es ein klein bisschen um ein, wie soll ich sagen, schwieriges Thema gehen, um das Thema Counterpose, weil ich kriege gerade in den Fortbildungen, die wir geben, immer wieder mit, dass das Thema Counterpose, also Gegenposition, manchmal ein bisschen missverstanden wird. Eine Gegenposition zu nehmen, kennst du vielleicht, der Klassiker ist, Flug und Fisch oder Vor- und Rückwärtsbeuge, Rechtsdrehung, Linksdrehung. Und die grundlegende Idee dahinter ist, aus dem Hatha-Yoga stammt, wo wir viel, viel mehr Zeit haben, in den einzelnen Positionen zu verbleiben, dass wir Veränderungen, die über ein langes Verweilen in eine Richtung in den Körper quasi hineingetragen werden, also wirklich strukturelle Veränderungen, Spannungsveränderungen, dass wir die ausgleichen. Aber im Hatha-Yoga ist das traditionell so, du machst eine Position in die eine Richtung, und dann kommt Shavasana, dann machst du die Position in die andere Richtung. Wenn wir das aber übertragen auf ein Vinyasa-System, wo wir kein Shavasana dazwischen haben, stoßen wir an zwei Grenzen. Und die eine Grenze ist, im dynamischen Yoga, wenn wir also eine Vorbeuge direkt auf eine Rückwärtsbeuge folgen lassen, eine Rechtsneigung, auf eine Linksneigung und so weiter, und die Position nicht lange halten, dann entspricht das der Alltagsbewegung. Und das braucht überhaupt keine Ausgleichsbewegung dafür, weil der Ausgleich ergibt sich über die Summe der gemachten Vor- und die Summe der gemachten Rückwärtsbeuge und Verhältnisse zueinander. Das heißt, wenn du schnell arbeitest, in einem ein- oder zwei- oder drei-atem-System, oder auch ein bisschen mehr, braucht es einfach keine Counterpose. Die braucht es über die Summe der gemachten Position. Das heißt, über die Summe der gemachten Position müssen die Zugverhältnisse im Körper ungefähr gleichmäßig bedient worden sein. Wenn du aber jetzt im Vinyasa oder in dem modernen Flow-Yoga die Positionen länger hältst, machen wir auch ganz, ganz häufig, eigentlich immer, damit sie einfach ihre Wirkung entfalten können, Klammer auf, an der richtigen Stelle, Klammer zu, und machen diese Positionen so lange, dass es eine Spannungsveränderung gibt, in den muskulären Abstimmungsverhältnissen vorne, hinten oder rechts, links, also den Gegenpolen zueinander, oder sogar strukturelle Änderungen, dass sich die Faszien-Spannung verändert, und machen danach kein Shavasana, dann braucht es zwar eine Counterpose, aber nicht direkt danach. Weil, wenn du ein System, oder wenn wir ein System strukturell verändern, oder von der Grundspannung, dann verändern wir damit alle verbundenen Messfühler, alle Rezeptoren, die die Gewebespannung messen, um dem Kopf ein Feedback zu geben. Und wenn wir diese Rezeptoren sozusagen verstellen für einen Zeitraum, dann brauchen die Zeit, sich zu nivellieren und zurückzuarbeiten, wie so ein Reset. Und das dauert in der Regel ein bis zwei Minuten, kann auch mal länger dauern. Dafür ist Shavasana im klassischen Yata Yoga da. Wenn wir das aber nicht machen, und jetzt stell dir vor, denk kurz mit, du kommst in eine Rückwärtsbeuge, und ich nehme mal meine Hände für die Länge des Rückens, und in der Rückwärtsbeuge wird der Rücken kürzer. Also Ansatz und Ursprung nähern sich an. Und wenn du jetzt hier länger bleibst, wird die Vorderseite in die Länge gebracht, und die Rückseite wird auf eine neue, verringerte Länge quasi zusammengezogen. Und wenn jetzt diese neuen Spannungsverhältnisse sozusagen, dadurch, dass sie ja im Moment drin waren, vielleicht sogar ein paar Minuten, die Rezeptoren, die das messen, so umgestellt haben, dass das für die sozusagen normal geworden ist, weil die nebellieren sich nach einer halben Minute, Minute. Und dann ist das, was sie aktuell messen, quasi die Norm für sie. Und ich gehe nach der Rückwärtsbeuge in eine Vorwärtsbeuge, dann denke wieder an einen Ausgangspunkt, dann gehe ich nicht von normal in Vorwärtsbeuge, sondern von zu kurz in Vorwärtsbeuge. Und diese Längenveränderung, von kurz auf zu lang, triggert einen sogenannten Reflexbogen. Also eigentlich über die mechanische Reizung des Muskel- und Bindegewebes eine Spannungserhöhung des Muskels, der in dem Moment gedehnt vom Gefühl wird, um nichts zu zerreißen. Und deshalb müssen wir ein bisschen darauf achten, bei diesen Counterposes, wenn wir Vinyasa machen, 1, 2, 3, 4 Atemzugssystem, braucht es das nicht. Dann zählt die Summe der Positionen. Wenn wir länger halten, dazwischen Shavasana oder eine neutrale Position, aber keine Rechtsdrehung, 2 Minuten, 3 Minuten, Gleich-Linksdrehung, 2 Minuten oder 3 Minuten, keine Rückwärtsbeuge und dann direkt die Vorwärtsbeuge. Ich hoffe, das macht Sinn. Probier es gerne mal aus, aber ich glaube an der Stelle, ich wollte es mal platzieren, weil es auch in einer der letzten Weiterbildungen wieder mal Thema der Diskussion war.